Moin ihr Lieben, ich habe keine Ahnung was hier los ist. Busch hat mich gerade angechattet und gebeten zu ihm zu kommen. Wir sind jetzt gerade beide im Talk und ich habe keine Ahnung was los ist. Ich soll aber eine Aufnahme starten. Deswegen habe ich das jetzt getan und ja, Aufnahme läuft Busch und jetzt wo soll ich genau hin? Du hast noch was zum Geburtstag für mich und jetzt wo? Direkt vor dir. Direkt vor mir. Achso. Da stehst du. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich hasse Winkelkatzen. Du weißt es genau. Du willst mir nicht ernsthaft eine Winkelkatze zum Geburtstag schenken. Oh, warte, ich habe jetzt noch ein Schwert. Ich habe jetzt noch ein Schwert. Hey, hey, hey. Ruhig, ganz ruhig. Ich habe dich gekriegt, aber das hast du verdient. Das hast du verdient. Ja, ich glaube mir, es wird dir gefallen. Ah, Mann, und du killst mich. Ja, ja, von wegen wird mir das gefallen. Ja, ab und gleich einen Knopf, den auf keinen Fall noch nicht drücken. Na, ein bisschen bescheuert, dann winkt das Ärmchen am Ende noch. Hast du meine Kiesis? Ja, und dein Busch, bitteschön. Dankeschön. Alter. Also für die, die es gerade nicht verstehen, was hier los ist. Busch weiß genau, dass ich Winkelkatzen hasse wie die Pest. Und was macht denn zu meinem Geburtstag? Schenkt er mir eine Winkelkatze? Ja, warte, warte, warte. Ja. Wie gesagt, es wird dir gefallen, denke ich. Mhm. Und zwar noch nicht drücken, auf keinen Fall. Hier ist ein Knopf. Ja. Und nachdem du ihn gedrückt hast, musst du ganz schnell nochmal zu pH Rouge geschenken. Also zu dem, was du gerade schon gesehen hast. Okay. Und am besten drückst du dann F1, dass all dein ganzes Inventar und alles versteckt ist. Ja, genau. Ja, okay. Ich kann ja jetzt schon F1 machen. Okay, ich soll den drücken. Dann direkt zu pH Rouge geschenken. Okay, F1. Ich muss F1 danach drücken, sonst drücke ich den Knopf. Oder doch so. 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 Und jetzt darf ich nur drücken. Oder was? Jetzt darf ich drücken. Und dann darfst du den Knopf drücken und dann schnell zu pH Rouge geschenken. So, bin ich. Und jetzt? Es passiert nichts. Oh mein Gott. Oh ja. Oh ja. Ja. Weg ist hier die Winkelkatze. Oh, hier liegen noch ein paar Blöcke rum. Und so. Ja, das Beste, was man mit einer Winkelkatze machen kann. Ja. Okay, das war's, oder was? Ja, das war's. Du hast dir die Mühe gemacht, deine Winkelkatze zu bauen, damit ich sie in die Luft jage. Ja. Damit du sie in die Luft jagen kannst, ja. Oh, ist das geil. Okay, okay. Ich nehme alles zurück. Ich habe dich zu Unrecht getötet. Es tut mir leid. Ja, aber du wusstest schon, dass die Gefahr besteht, dass ich dich dafür umbringe, oder? Ja, ja. Ich habe auch tatsächlich die PvP angemacht, dass du das nicht hängen kannst. Ehrlich? Das ist nicht wahr, oder? Ich dachte, es wäre zufällig am gewesen. Nee. Nee, ich habe schon mit dem Ausgerechnet. Okay, Freaks. Lasst euch nicht auf den Busch ein. Ihr wisst nie, was der macht. Der Busch ist ein Ehrlicher. Und bei den Ehrlichen ist das Problem, man weiß nie, was sie als nächstes Dummes anstellen. Also von daher. Bis dann. Wir machen das Ding hier dicht. Ich mache das als Folge. Deswegen verabschiede ich mich. Ich mache das als Folge. Und viel Spaß damit. Ciao. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.